... der Drift-Technologie. Ich mag Akronyme ganz gerne. Mach doch eine schöne Morgenfahrt. Und wenn du dabei das Heck ausbrechen lassen willst, dann ist mir das nur recht. Okay, jetzt sind die Reifen warm. Also lass uns doch weitermachen. Wow! Zeig mir das nochmal, was auch immer du gemacht hast. In 400 Metern links abbiegen. Komm schon, wir sind doch alle Freunde. Kein Grund, uns alt aussehen zu lassen. Links abbiegen. Körgernehegegege Echt? Körgernehegege Wiesbier Körgernehegege Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist schade, aber du scheinst eine Menge Spaß gehabt zu haben. Das ist schade, aber du scheinst eine Menge Spaß gehabt zu haben. Das ist schade, aber du scheinst eine Menge Spaß gehabt zu haben. Hm, nicht schlecht. Aber muss ich nochmal das Leistungsgewicht erklären? Fantastisch! Drift-Club aufgepasst! Das ist können, kein Zufall. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Wäre es eine größere Herausforderung, wenn du Spülhandschuhe tragen müsstest? Ja? 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 Das war's für heute. Gut gemacht. Deine Pumpzahl wird in der Drift Club Runliste verewigt, damit neue Fahrer versuchen können, sie zu schlagen. Ich wünschte, sie würden es nicht tun. Ich glaube, Videospiele haben sie so ehrgeizig werden lassen. Bis zum nächsten Mal.